ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Du kannst so viel Müll labern Erstens Du hast mit Brunso Kontakt Brunso ist eine lächerliche Nummer Wir haben ja das alle schon gesehen Das hat ein ganzes Kappacken gesehen Nur der Brunso hat Kontakt Zu den Spielentwicklern So erstens mein Junge Nicht Mipa Nicht du Haben Kontakt zu ihm Und nicht du Und nicht Mipa Schreiben mit ihm Kann ich dir garantieren Ich weiß es Weil ich das gesehen hab Auf Mipa Hat der Spielentwickler Kein Bock Ein Mipa Bei jeder Kleinigkeit Rein holt So Genauso wie du Atze Atze Erklär mir mal dann Warum könnt ihr mich dann Seit 2 Jahren Nicht bannen Wenn ihr da 8 GB Festplatte Voll über mich Da irgendeine Scheiße habt Na Kommt schon Atze Bann mich doch mal Atze Die größte Gelaberei Die Leute werden das sowieso sehen Wenn meine Krone tatsächlich verschwindet Dann bin ich gebannt Das werden Leute sehen Aber sobald du laberst Und laberst Und laberst Und laberst Diese auf chinesischer Nähe Donald Donald Trump Diese scheiß Stimme Ich bin der Atze Ich muss der Züge Mal eine Ansage machen Ja 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 Atze Es interessiert mich Deine Ansagen nicht Ey Die Leute kommen zu mir Und spucken über euch Alter Ich hasse Mipa Ich hasse Atze Den Pidu Und solche Aussagen Bei mir an den Leuten So Ich stelle gleich noch Ein Bildchen dazu Was von Mipa Freunde Hier noch Abzie Atze Ne Und dann Ja Jura Druckt Hier alle Ja 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 Weißt du was das ist Das ist Rufmord Was ihr hier macht Ich hab ja wenigstens Echte Beweise da Ich hab ja wenigstens Immer Leute Zugeholt Damit die Leute Als Zeuge da sind Aber bei Euch Ist das ja Die zwei Pidus Haben sich ja getroffen Jetzt stehen die ja Wieder zueinander Davor hat Ja Mipa Geschrien Jetzt wo er mit Jura Krach Wo Jura Ansagen machen will Ja Ja Ich bin